Wir sind die Neuen, wir sind dieselben, stärker als zuvor. Wir sind die Alten, wir sind die Neuen, wir sind dieselben, stärker als zuvor. Wir sind die Alten, wir sind die Neuen, wir sind dieselben, stärker als zuvor. Ich bin davon überzeugt, dass die größten Möglichkeiten in uns schlummern. Und mein Job ist es, Menschen zu verwurzeln mit ihrem Land und ihrer Magie und daraus Möglichkeiten zu schöpfen, zur eigenen Entwicklung, zum Beschützen und Hüten der Natur, um Heil zu bringen übers Land und ein eigenes, kraftvolles Leben zu haben, mit der Macht auch über alte Muster und Prägungen hinwegzusehen und Magie zu heben. Dafür gibt es meinen Kurs Hexe, Hüterin oder Beschützer des Landes. Der geht über ein Jahr und ist der Türöffner in die eigene Magie, in deine Magie. Nicht in das, was dir andere sagen. In deine Magie, in deine Verbindung zu den Göttern, Geistern, Wesenheiten und Urkräften deines Landes. Wenn du Lust hast und mehr erfahren willst, schreib mir gerne E-Mail, dann bekommst du von mir alle Informationen. Und wenn du Lust hast, schreib mir gerne E-Mail, dann bekommst du von mir. Heil dir, Frau, heil deinen Ahnen, denn freier darfst du sein. Heil dir, Mann, heil deinen Ahnen, freier darfst du sein.